Musik Mittwoch, der 19. Oktober. Herzlich willkommen liebe Zuschauer zur heutigen Ausgabe unserer Presseschau. Die überregionalen Zeitungen beschäftigen sich heute alle mit der Rückkehr des israelischen Soldaten Gilad Schalit. In der Süddeutschen Zeitung lesen wir dazu. Der israelische Soldat Gilad Schalit ist nach mehr als fünf Jahren geißelhaft wieder in seine Heimat zurück. Die radikal-islamische Hamas übergab ihm am Dienstagmorgen an Ägypten, von wo er nach Israel gebracht wurde. Zugleich entließ Israel 477 palästinensische Häftlinge, die in den von der Hamas kontrollierten Gaza-Streifen nun ins Westjordanland gebracht wurden. Der historische Gefangenenaustausch war nach jahrelanger Vermittlung durch Ägypten und Deutschland zustande gekommen. Gemäß der Vereinbarung muss Israel binnen zwei Monaten weitere palästinensische Häftlinge entlassen, sodass am Ende 1027 von ihnen gegen Schalit ausgetauscht werden. Bei einer Pressekonferenz warnte der israelische Ministerpräsident Netanyahu, die freigelassenen Palästinenser davor, sich an neuen Gewalttaten zu beteiligen. Wer zum Terror zurückkehre, müsse die Konsequenzen tragen, sagte der Regierungschef. Am Nachmittag traf er an seinem Amtssitz den Vermittler des Bundesnachrichtendienstes Gerhard Konrad und einen Vertreter von Bundeskanzlerin Angela Merkel, um für die Bemühungen Deutschlands zu danken, wie sein Sprecher mitteilte. Merkel würdigte die Rolle Ägyptens bei der Freilassung. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Israel und Ägypten in dieser Angelegenheit lässt hoffen, dass die jüngsten Spannungen zwischen den beiden Ländern wieder gut nachbarlichen Beziehungen Platz machen, sagte sie. Und die Frankfurter Rundschau hat diesen Vorgang zum Anlass ihres Kommentars genommen. Alle für einen. Propagandistisches Gedonner begleitete die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Jalit nach fünf Jahren in einem Hamasverlies. Alle Beteiligten versuchen, maximalen Imagegewinn aus dem Tausch zu ziehen. Wer ein Herz im Leib hat, der wird sich mit der israelischen Familie freuen und den wird auch der Jubel von Verwandten der freigelassenen Palästinenser nicht unberührt lassen. Aber auch die Befürchtung, dass etliche aus israelischer Haft heimkehrende bald wieder Israel terrorisieren, ist nicht zu verdrängen. Gilad Jalit darf auf ein normales Leben hoffen, aber er wird sein Leben lang für die israelische Armee wertvoll bleiben. Seine wiedererlangte Freiheit beweist, dass kein Soldat, keine Soldatin aufgegeben wird. Jedem Eingezogenen schwört die Armee. Wir holen dich raus, was immer passiert, was immer es kostet. In der Tat kann jeder von ihnen jederzeit in einem Kampfansatz stecken. Ohne allerhöchste Moral könnte weder erstklassige Ausbildung noch Spitzenausrüstung den Erfolg sichern. Die Stärkung der Truppenmoral wird der nachhaltigste Effekt dieser Tauschaktion sein. Es gilt, einer für alle, alle für einen. Und auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat den Vorgang kommentiert. Erstmals seit vielen Jahren ist ein israelischer Soldat lebend aus palästinensischer Geislauf zurückgekehrt. Daher ist die Freude darüber verständlich. Ministerpräsident Netanyahu kann Charlits Freilassung als einen Erfolg verbuchen, den er dringend braucht. Denn die sozialen Unruhen in Israel und die wachsende Kritik an seiner Untätigkeit in Sachen Friedensgespräche mit den Palästinensern haben ihm zugesetzt. Es dürfte aber nicht einfach gewesen sein, ihn für diesen Austausch zu gewinnen. Netanyahu hat im Jahr 1976 seinen Bruder Jonathan verloren, als ein Spezialkommando die Geiseln von Entebbe befreite. Staatspräsident Peres hat Deutschland dafür gedankt, dass es neben den unmittelbar Beteiligten diskret in dieser Angelegenheit tätig war. Mancher mag nun hoffen, nach der schwierigen Aktion zwischen Palästinensern, Israelis und Ägyptern werde endlich auch der im Grunde tote Friedensprozess wieder mit Leben erfüllt. Dazu freilich bedurfte es eines Mindestmaßes an Vertrauen. Das jedoch ist nicht vorhanden, wie die jahrelangen, zähen, immer wieder von Scheitern bedrohten Gespräche im Fall Schalit gezeigt haben. Mit der Freilassung von mehr als tausend Palästinensern glaubte Netanyahu genug Konzessionen gemacht zu haben. So wäre es fast ein Wunder, wenn er Palästinenser-Präsident Abbas endlich ein substanzielles Angebot machte. Soweit die Meinung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und nun ein Blick in die Welt kompakt. Der Europäische Gerichtshof hat der Arbeit mit embryonalen Stammzellen enge Grenzen gesetzt. Patente seien grundsätzlich nicht zulässig, urteilte das höchste EU-Gericht. Die kommerzielle Nutzung von Embryonen sei ebenso wenig patentierbar wie die Forschung an ihnen. Sie argumentierten mit der Achtung der Menschenwürde. Insbesondere verwiesen sie darauf, dass die Gewinnung embryonaler Stammzellen die Zerstörung von Embryonen mit sich bringt. Der Bonner Professor Oliver Brüssle hat den Nerven Vorläuferzellen geschaffen, die einmal zur Parkinson-Therapie dienen sollten. Er darf weiter daran forschen, seine Technik aber nicht patentieren lassen. Sie ist damit für viele Pharmafirmen uninteressant geworden. Das Urteil ist ein ganz schlechtes Signal für die Wissenschaftler in Europa, sagte Brüssle. Forscher befürchten, dass nun Asien und die USA europäische Forschungsergebnisse verwerten. Menschliches Leben darf nicht patentiert werden, sagte dagegen der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Nikolaus Schneider. Und zum Schluss noch einmal ein Blick in die Süddeutsche Zeitung, die titelte Reifeprüfung als Ereignis. Deutschland im Jahr 2018. An einem Tag im April oder Mai brüten alle Abiturienten von Kiel bis Passau Überprüfungen in Deutsch, Mathematik und Englisch. Für jedes Fach sind 90 Minuten angesetzt, das Format erinnert an die PISA-Studien. Zum ersten Mal gibt es bundesweit einheitliche Aufgaben, sie entscheiden über 10% der Abiturnote. So jedenfalls stellt sich das der Aktionsrat Bildung vor. Er veröffentlicht an diesem Mittwoch eine Expertise für ein gemeinsames Kernabitur der Bundesländer, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Die Idee eines Kernabiturs rüttelt nicht am Föderalismus. Geht es nach den Experten, schließen die Länder im kommenden Jahr einen Staatsvertrag, in dem sie sich auf gemeinsame Prüfungsbestandteile verständigen. Der Bund müsste nicht unbedingt mitwirken. Zuständig für die Tests und die Korrekturen wäre das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Die Experten wollen den einzelnen Bundesländern durchaus noch eigene Freiräume bei der Gestaltung ihres Abiturs leisten. Die traditionellen Klausuren und mündlichen Prüfungen in den verschiedenen Fächern gäbe es weiterhin. Der nationale Testtag in den drei Fächern Deutsch, Mathe und Englisch käme lediglich als zusätzliche Prüfung hinzu. An Englisch käme dann kein Schüler mehr vorbei, selbst wenn er beispielsweise Französisch oder Latein als Abiturfach gewählt hat. Obwohl die bundesweiten Prüfungen am Ende nur über ein Zehntel der Gesamtnote entscheiden würden, erhoffen sich Fachleute davon mehr Transparenz und Gerechtigkeit beim Abitur. Den nationalen Testtag könnte man außerdem so inszenieren, dass er Freude an der Bildung vermittle. Nun unser Blick in die Rheinland-Pfälzischen Tageszeitung. Wir beginnen mit der Mainzer Rheinzeitung. Die titelt heute, Levens präsentiert sich als Kandidat mit Teamgeist. Großer Empfang in der pulsierenden ruandischen Hauptstadt Kigali. Für Innenminister Roger Levens, den Leiter einer rheinland-pfälzischen Delegation, bietet sich die günstige Gelegenheit, in die Rolle des Staatsmanns zu schlüpfen. Solche Auftritte sind dankbar, sichern gute Bilder und gute Presse. Roger Levens präsentiert sich in Ruanda als Teamspieler. Er führt, ohne sich allzu sehr in den Vordergrund zu drängen, Eintracht statt Ego. Ist das Levens Erfolgsgeheimnis im Rennen um die Nachfolge des Ministerpräsidenten Kurt Beck? Freilich, der politische Wettkampf um den Posten des künftigen rheinland-pfälzischen Regierungschefs wird nicht im 7.000 Kilometer entfernten Ruanda entschieden. Neben Levens hat bekanntlich SPD-Fraktionschef Hendrik Hering gute Chancen, irgendwann im Laufe dieser Legislaturperiode in die Staatskanzlei einzuziehen. Denn bei den Sozialdemokraten ist es ein offenes Geheimnis, dass Kurt Beck nicht bis 2016 im Amt bleibt. Der frühere Wirtschaftsminister Hering ist ein gewiefter Stratege, zudem gilt der Jurist als analytischer Kopf. Beckerson Levens hat nicht mal Abitur, woraus er keinen Hehl macht. In der oppositionellen CDU hofft man dennoch darauf, dass Hering das Rennen um die Beck-Nachfolge macht und 2016 gegen Parteien-Fraktionschefen Julia Glöckner in die Wahlschlacht zieht. Der Westerwälder zeigt als Fraktionschef zwar inzwischen mehr Angriffslust, dennoch wirkt er insgesamt eher introvertiert, hat Schwächen in der Außenwirkung. Das bietet der eloquenten Christdemokratin Glöckner eine Menge Angriffspunkte im direkten Schlagabtausch. Der Sozialdemokrat Levens aus Kamp-Bornhofen hingegen fühlt sich unter den Menschen wohl, agiert eloquent und gewinnend, ein Politiker zum Anfassen. Levens ist für uns der unbequemere Gegen, meint ein Christdemokrat während der Ruanda-Reise. Er kommt gut bei den Leuten an, sagt ein anderer. Wenn er antritt, haben wir es schwer. Denn Levens hat nicht nur Charme, er kann auch knallhart sein, heißt es in Mainz. Nürburgring, Flughafen Hahn, Hochmoselübergang, Mittelrheinbrücke, Straßenprojekte, nahezu alles, was inner- und außerhalb der rot-grünen Landesregierung für Zündstoff sorgt, gehört zum Superministerium von Roger Levens. Der ehrgeizige SPD-Politiker ist so eine Art Bad Bank-Minister mutiert. Darin liegt ein gewaltiges politisches Risiko. Doch Levens vermittelt in Ruanda den Eindruck, dass er seinen gewachsenen Verantwortungsbereich mehr als Herausforderung, denn als Last empfindet. Einen Stresstest für das Amt des Ministerpräsidenten? In Ruanda hat er sowieso schon längst die nächste Stufe der Karriereleiter erklommen. Ein Schülersprecher auf dem Land begrüßt ihn schon mal euphorisch als Innenminister von Deutschland. Wir kommen zu einem Besuch in Deutschland und blicken dazu in die Rheinpfalz. Altbundeskanzler Helmut Kohl ist gestern in seinem Wohnhaus im Ludwigshafener Stadtteil Ockersheim für seine Verdienste um die deutsch-polnische Aussöhnung ausgezeichnet worden. Der 81-Jährige erhielt den Sonderpreis Goldene Brücke des Dialogs 2010, der polnischen Wojvotschaft Oppeln, wie Kohls Büro mitteilte. Die Laudatio hielt in Ludwigshafen der frühere Erzbischof Alfons Nosol. Kohl zeigte sich hoch erfreut über die Auszeichnung, die keine Selbstverständlichkeit sei. Der Altkanzler ging auch auf die derzeitige internationale Lage ein und mahnte, dass Europa Handlungsfähigkeit beweisen und seine globale Verantwortung wahrnehmen müsse. Seit 2001 unterhalten Rheinland-Pfalz und die Region Oppeln in Polen eine Partnerschaft. Wir bleiben bei der Rheinpfalz zu einem anderen Thema. Für die gute Besucherbilanz bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Bundesgartenschau in Koblenz haben vor allem die Dauerkartenbesitzer gesorgt. Sie seien in der Statistik mehrfach gezählt worden, bestätigte gestern eine Sprecherin der Gartenschau-Gesellschaft. 3.569.269 Besucher kamen zwischen April und Oktober auf das Gartenschau-Gelände. Korrekter müsste es heißen, es wurden 3,56 Millionen Besuche registriert. Für Planung und Durchführung der Bundesgartenschau in Koblenz stand ein Etat von 102 Millionen Euro zur Verfügung. Das Land trug dazu 49 Millionen Euro bei, die Stadt 28 Millionen Euro. Ministerpräsident Kurt Beck und Innenminister Roger Lewinz hatten sich höchst zufrieden über die 185-tägige Ausstellung gezeigt. Die Investitionen seien nachhaltig und ertragreich gewesen. Und die Rheinpfalz hat diese Bilanz zum Anlass ihres Kommentars genommen. Millionen Ding. 2 Millionen Besucher sind erwartet worden. Über 3,5 Millionen waren es in Koblenz am Ende tatsächlich. Auch wenn Dauerkartenbesitzer dabei doppelt oder dreifach gezählt worden ist, es ist ein Erfolg. Die erste Bundesgartenschau in Rheinland-Pfalz war kein Flop, wie beispielsweise die Schau in München, wo 2005 statt der erhofften 4 Millionen Gäste nur 2,9 Millionen kamen. Nach dem Desaster mit dem Freizeitprojekt am Nürburgring hätte sich die Landesregierung auch keine zweite Besucherpleite leisten können. Ob aber Gartenschauen, selbst wenn sie beim Publikum ankommen, den Einsatz von Steuergeldern in dieser Größenordnung rechtfertigen, wird weiter umstritten bleiben. Eines ist in diesem Zusammenhang dringend nötig. Die Debatte darüber, ob sich Rheinland-Pfalz weiter den Luxus eigener Landesgartenschauen leisten will, muss geführt werden. Wir wechseln nun zur Allgemeinen Zeitung in Mainz. Am Flughafen Hahn brodelt schon lange die Gerüchteküche und gestern erhielt sie neue Nahrung. So lud die Geschäftsführung des Flughafens Hahn für Donnerstag zu einer Pressekonferenz ein Stichwort, Privatisierung des Hahn. Die Verantwortlichen am Flughafen Hahn wollen vorschlagen, selbst Anteile am Hunsrück Airport zu übernehmen. Derzeit besitzt das Land Rheinland-Pfalz 82,5% der Anteile am Flughafen Hahn, das Land Hessen die restlichen 17,5%. Ziel der Mainzer Landesregierung ist es, den Flughafen wieder zu privatisieren. Womöglich besteht auch ein Zusammenhang mit dem vorläufigen Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen. Und noch einmal zur Rhein-Pfalz. Nur noch Gräfen im Rennen um Chefposten. Um die seit Jahren heftig umkämpfte Präsidentenstelle beim Oberlandesgericht Koblenz gibt es mit Hans-Josef Gräfen nur noch einen Bewerber. Der frühere Amtsinhaber Ralf Barz hat seine Bewerbung zurückgezogen. Am 8. November soll der Richterwahlausschuss entscheiden. Danach könnte die Stelle wieder besetzt werden. In Kreisen der rot-grünen Koalition geht man offenbar davon aus, dass die Personalie jetzt geräuschlos über die Bühne gehen und das angespannte Verhältnis zwischen Regierung und Justiz teilweise befrieden wird. Und zum Schluss noch einmal zur Allgemeinen Zeitung in Mainz. Rosenmontag im Oktober. Zu ihrer großen Fluglärm-Demo am Samstag, 22. Oktober, erwarten die über 70 Bürgerinitiativen aus Rheinland-Pfalz und Hessen, die zu der Veranstaltung aufgerufen haben, mehrere tausend Teilnehmer. Ein Rosenmontag im Oktober soll es werden. Im Mittelpunkt des Protestzuges, der um 11 Uhr am Mainzer Hauptbahnhof startet und über die Theodor-Heuss-Brücke zu den rheinischen Wiesen in Kastell führt, steht ein großer Motivwagen von MCV-Wagenbauer Dieter Wenger. Er zeigt einen riesigen deutschen Michel im Schlafanzug, der am Turm des Dom hängt und Wut in Brand Flugzeuge vom Himmel pflückt. Das war der heutige Blick in die rheinland-pfälzischen Tageszeitung. Was es in Rheinland-Pfalz sonst noch gibt, zeigen wir Ihnen jetzt in unseren Veranstaltungstipps. Das ist der Titel des vierten Fotofestivals Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg. Deutschlands größtes kuratiertes Fotofestival hat das Ziel, ein facettenreiches Bild der Menschheit unserer Zeit zu präsentieren. Veranstaltungsorte sind die Kunsthalle Mannheim, das Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum, der Heidelberger Kunstverein und andere. Begeben Sie sich mit dem vierten Fotofestival auf eine Reise in das Reich des Menschen. Noch bis zum 6. November in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg. Weitere Informationen auf fotofestival.info 150 Jahre freundschaftlicher Verbindung zwischen Japan und Deutschland sind auch für das Theodor-Zink-Museum in Kaiserslautern Anlass, die Kultur des Partnerlandes zu präsentieren. Die Puppen Japans Formen des Gebetes Verkörperungen der Liebe heißt die Ausstellung. Sie zeigt Puppen aus den verschiedensten Bereichen der japanischen Kultur. Die aufwendig angefertigten Figuren sind Kultobjekt, Symbole, Glücksbringer. Sie sind Theaterfiguren oder Abbilder der Gesellschaft. Die Puppen Japans noch bis zum 26. Februar 2012 im Theodor-Zink-Museum in Kaiserslautern. Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf theodor-zink-museum.de Ellen und Tom führen eine glückliche Ehe und genießen ihre Unabhängigkeit zu zweit. Mara, Karrierefrau und Single aus Überzeugung, ist Ellens beste Freundin. Bei einem gemeinsamen Abendessen eröffnet Mara ihren neuen Plan. Sie will ein Kind. Und zwar ohne Mann. Und da man unter besten Freunden als vernünftige, erwachsene Menschen doch ganz offen sein kann, der ideale Erzeuger wäre Tom. Gar keine schlechte Idee, so ein kleiner Tom, findet Tom. Und Ellen versteht die Welt nicht mehr. Sehen Sie Perfect Happiness mit dem Theatro Libre am 18., 19. und 20. Oktober um 20 Uhr in den Mainzer Kammerspielen. Karten kosten zwischen 15 und 18 Euro. Mehr Infos auf mainzer-kammerspiele.de Das, liebe Zuschauer, war die heutige Ausgabe der Presseschau. Ich darf mich für Ihr Interesse ganz herzlich bedanken, wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und morgen gibt es wieder eine Presseschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020